Der Rettungsdienst wurde heute Abend nach Nürtingen-Zitzishausen alarmiert zu einem Verkehrsunfall beim Kreisverkehr beim McDonald's. Hier sind zwei Passanten, die an der Bushaltestelle gewartet hatten, von einem Pkw erfasst und einmal lebensgefährlich und einmal schwer verletzt worden. Es war so, dass die Rettungsdienstlichenkräfte sehr schnell vor Ort waren. Wir haben unmittelbar mit der Versorgung der Patienten angefangen. Es kam noch unser leidender Notarzt mit dazu und beide Patienten wurden jetzt in zwei Schockräume hier im Landkreis Esslingen in die Linien verbracht. Ja, für uns macht sich das Bild auch jetzt erst deutlich, nachdem alle Fahrzeuge weg sind. Es ist offensichtlich eine Bushaltestelle, wo der Pkw eingeschlagen war oder durchgefahren war. Also der Rettungsdienst wurde primär gleich mit zwei Notärzten und zwei Rettungswagen alarmiert. Es war bei der Notrufmeldung auf die Leitschule auch schon bekannt, dass es sich um zwei Verletzte handelt. Also zum einen kümmern wir uns natürlich auch um den Fahrer bzw. den Beifahrer von dem Unfallfahrzeug. Ansonsten ist hier natürlich rein von der Örtlichkeit her auch entsprechend mit Publikum zu rechnen gewesen. Die Polizei hat hier entsprechend abgesperrt, sodass der Rettungsdienst hier ungestört arbeiten konnte. Das ist eine Rettungsdienst. Das ist eine Rettungsdienst. Von der Rettungsdienst. Das ist eine Rettungsdienst. Vielen Dank.